Jeder weiß, dass im Eishockey ein Torhüter eigentlich die halbe Miete ist, wie man so schön sagt. Unser Stefan Feiss, unbezweifelhaft einer der besten deutschen Torhüter, der wird, sage ich und schreibe, für sieben weitere Jahre beim Eishockeyverein Kaufbeuren bleiben. Es ist uns in Kaufbeuren wichtig, dass wir einen sehr guten Torhüter haben, weil unsere Mannschaft besteht zum großen Teil aus einheimischen, jungen Talenten und jeder weiß, dass junge Spieler auch den ein oder anderen Fehler machen dürfen am Anfang noch. Und da ist es sehr, sehr wichtig, einen guten, soliden und stabilen Torhüter zu haben. Und der Torhütermarkt ist eng, gerade an deutschen Torhütern ist nicht viel auf dem Markt. Und das ist für den Verein auch eminent wichtig, sich nicht jedes Jahr nach einem ausländischen Topgoalie umschauen zu müssen, sondern einfach jetzt hier Planungssicherheit zu haben. Ich brauche jetzt nicht jeden Sommer irgendwie mir Gedanken darüber zu machen, wer mein nächster Verein ist. Ihr braucht keine Gedanken mir darüber zu machen, wie stemme ich den Umzug, wie weit wird es gehen, wohin geht es. Und ja, es ist einfach mal eine Sicherheit und damit werde ich hoffentlich die nächsten sieben Jahre Ruhe haben.